Hallo Leute, heute öffnen wir den Kalender. Ich habe so lange nicht mehr geöffnet, ich habe die ganze Zeit vergessen Videos zu machen. Aber heute öffnen wir. Das sind alle Slimes, die es gibt. Ich hoffe wir kriegen irgendeinen guten. So, heute ist der 11. So, öffnen wir das mal. Okay, was ist das? Das hängt so. Magix Metallic. Okay, packen wir mal aus. Keine Ahnung, wieso das so aussieht. Da ist einfach Glitzer drin. Ihr seht doch. Da ist einfach Glitzer drin. Was für eine Scheiße. Das ist... Dieser Slime hat eine Bewertung von 4 Punkten. Abonniert für mehr. Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald!